Hi, ich bin der Adrian von Böser Kater und ich habe großartige Neuigkeiten für dich. Denn in diesem Jahr gibt es das allererste Mal endlich einen Böser Kater Gin Adventskalender. Auf dich warten 24 spannende Türchen mit unterschiedlichen Gin-Sorten, mit Botanicals oder auch passendem Zubehör. Außerdem haben wir exklusiv für diesen Kalender 5 Geschmacksrichtungen produziert, die es so in unserem eigentlichen Sortiment noch nicht gibt. Und mit dabei ist immer eine passende Begleitbroschüre mit Informationen zu den Türchen und perfekten und spannenden Cocktailrezepten. Da jeder Kalender in unserer Manufaktur von Hand gefaltet wird, gibt es nur eine limitierte Stückzahl. Bist du noch auf der Suche nach dem passenden frühzeitigen Weihnachtsgeschenk, dann bestelle jetzt dein Böser Kater Gin Adventskalender. Bist du noch auf der Suche nach unten auf den Blick in der Sprache 놓ium gibt, bist du noch Tacäte gut. Guck mal gucken! Gaiyi, naja birds! Guck mal gucken! Guck mal gucken! Untertitelung des ZDF, 2020